Ich wähle die AfD, weil ich immer noch Hoffnung habe auf eine bessere Zukunft für Deutschland. Ich wähle die AfD, weil ich hoffe, dass es noch eine gute Zukunft ist, die jetzt noch besser werden wird. Ich wähle die AfD, weil das Programm der AfD mir sehr gut gefällt, weil es für mein Deutschland ist. Ich wähle die AfD, weil ich diese Programm kennengelernt habe und ich mag diese Programm. Für die Deutschland ist es sehr gut. Ich wähle die AfD, weil es die einzige Partei ist, die die Interessen Deutschlands wirklich vertritt. Ich wähle die AfD, weil es die einzige Partei ist, die unser Deutschland noch retten kann. Ich wähle die AfD, weil es keine andere Partei ist, die in Deutschland schützen kann. Ich wähle die AfD, weil es die einzige Partei ist, die die Niematen kann. Ich wähle die AfD, weil es die Partei ist, weil es die Partei ist. Und jetzt ist es Zeit für die AfD. Ich wähle die AfD, weil ich gegen die soziale Erfahrungen. Ich wähle die AfD, weil ich gegen die soziale Erfahrungen. Die soziale Erfahrungen in Russland, in Deutschland, in Deutschland. Und das ist alles. Ich wähle die AfD, weil es die einzige Partei ist, die in Deutschland eine richtiges Verhältnisse zu machen. Ich wähle die AfD, weil es die einzige Partei ist, die in Deutschland eine richtiges Verhältnisse zu machen. Das ist für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Und deswegen werden wir für die AfD wählen. Die AfD-Fraktion ist die Zukunft der Deutschland. Warum werden wir für die AfD-Fraktion wählen? Weil ich will für die AfD-Fraktion sehen, dass ich meine Kinder, meine Eltern, dass sie in Deutschland leben, dass sie in Deutschland leben können.